Hey Leute, mein Name ist Felix Lechner, ich bin 30 Jahre alt und Fotograf aus Leidenschaft. Die Fotografie habe ich bereits vor 10 Jahren begonnen und habe mir seither ein breites Portfolio in allen Bereichen aufgebaut. Angefangen von klassischen Hochzeitsaufnahmen, Einzelportraits oder Freundschaftsaufnahmen bis hin zu erblichen Shootings, zum Beispiel für Modehäuser, Modeshootings oder Businessportraits für Finanzdienstleister und Unternehmensberatungen. Woraus resultiert denn diese Leidenschaft? Zum einen, weil ich sehr gerne mit Menschen interagiere und ihnen dabei behilflich bin, einzigartige Momente mit meiner Kamera festzuhalten. Meine eigenen Ansprüche an mich setze ich dabei stets ziemlich hoch an. Dazu kommt mir meine perfektionistische Ader zugute. Einer ersten Abstimmung lerne ich euch gerne persönlich kennen, um mit euch eure Wünsche und eure Ideen gemeinsam zu besprechen. Habe ich euer Interesse geweckt? Ihr findet mich auf Facebook oder auf Instagram unter Felix Lechner Photography oder könnt mich unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse erreichen. Und ich glaub, da moine Querlenkeit muss ich euch gerne mit euch vor. Ich glaub, da weiß ich euch gerne, mit euch vor. Ich glaub, da weiß ich euch auch gerne mit euch vor. Ich rafreste mich einfach, wenn euch in meinem Rechner executiert. Und ich kenne mich nicht die safest & freunde euch, Ich rafreste mich vor. Und ich raffreste mich.